Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rocket League. Ich begrüße erstmal Rengaru. Hallöchen. Und Rekühler. Hallöchen. Heute zum Freitag wollen wir noch mal was reißen. Rengaru, würdest du uns die verweisen? Aber selbst verfreilich doch. Ein Spiel zu starten, nicht was du gedacht hast. Wir machen wieder hier 3 gegen 3 Jubiläum. Genau. Mach nur Hallö, schneller. Ich kann nicht schneller, jetzt muss das Spiel entscheiden. Spiel läuft schneller. Ich will jetzt endlich auch mal wieder ein Turm machen. Und denkt dran Leute, der Sieg ist unser. Wir müssen siegen. V-Fluffy, Chesshess und... Viscos. 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 Auf ein gutes Spiel Jungs. Möge das bessere Team gewinnen. Ja. Bisschen orange. Ach wirklich? Ich dachte ich sag's nochmal. Und wieso schießst du auf unserem Tor? Weil ich das... Keiner im Tor. Keiner im Tor. Ist alles noch hinterm Tor. Wieder am Tor? Ich hab ihn mal kurz berührt. Ich bin mal greifen. Ah. Jetzt hab ich vorbeigeschneiden. Immerhin was. Vorsicht hinten beim Blauen. Da ist einer engagiert. Sagst du. Ich seh's nur im Winkel der Augen. Fuck. Entschuldigung. Das wird noch an. Wieso bist du nicht rausgegangen, Sardine? Ja, ich wollt ihn raus holen, ja. Nein, lass ihn drin. Hol den ja nicht raus. Ja, ja. Oh, nein. Du, du kleiner blauer Fahrer. Ich hab dich geblitzt. Das Ding war echt gut. Da war auch gut. Da wär'n reingegangen, wenn der Kalt verstanden hätte. Ja, ich bin grad durch die Kante geflogen. Entschuldigung. Könnte da einer dazwischen? Ja. Könnte da einer dazwischen? Jetzt hab ich nur erstmal mit dem Blauen erstmal weggeschossen. Ich glaub, da war grad AFK. Ich bin meistens brain AFK. Oh. 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 Stimmengewirr. Oh my God! Verkland. Verband. Wo war' ich denn nur? Mit dem Tor. Im Tor, aber nicht da, wo du sein solltest. 0 zu 2, Freunde. Das hol' mal auf. So schon mal nicht. Oh. gute verteidigung da standen zwei mannen tor ich habe kein boost aber schön darüber spielen ich bin schon da meine richtung mein freund ja das habe ich gerade gemerkt das habe ich gemerkt ist ja schon wieder glanz parade mein freund jawohl kein antwort danke macht nix solange nicht reingeht jetzt zeigt sich das hier wird doch nicht da muss er genau da muss er ich habe keinen fuß tut mir leid also wir haben sie mit guten spielern zu tun diesmal gut dort ist das schwierig und jetzt wo noch ein ich habe dann nichts dagegen freundin ich habe da wirklich nichts dagegen nur wir müssen das tor machen nicht die ich habe keinen boost mehr die kommen immer so gefährlich ne ich habe eine doppelte hereingabe gemacht die wir sind nicht zu unterschätzen die gegner schade das war es heute noch mal alles geben wir haben noch neun sekunden wir könnten wir könnten noch ein tor schießen dann bretter stolz spinnen in der mitte ich auch nein der war so geil der war so geil aber echt ne das war auf alle fälle ein schönes spiel muss ich echt sagen die haben gut gespielt ja und konfetti habe ich bekommen konfetti habe ich auch schon ja habe ich auch schon ich habe jetzt blümchen die finde ich cool du bist blümchen zu blume benjamin benjamin h realist 2play section spieler haben wir dabei Hauen, das ist die KI Vollgas Mein Herz Wenn der nicht gerade in meinen Hoh rum Jetzt hat er sich geändert Wir haben keine KI mehr Was mache ich hier unter dem Tor eigentlich? Hier war ich hier unter dem Tor Iron Nolan Ist dabei Alkohol ist immer dabei Wie heißt der? Ja Mensch Auto Komm sofort runter Gut, dass keiner den Ball trifft Aber du Oder? Oder? Pfosten Ich treffe immer nur einen Pfosten Einen Vollpfosten Nein Und dann treffe ich die Meine Bist doch da Heilig Dann warst du auf einmal der Ton weg von dir Also ich bin hier Gut gemacht Recühler Dass du hinten freigehalten hast Naja keine Ursache Vorsicht Ich werde hier voll 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 durch die Kante geboxt Junge Nein? Ich auch Es ist keinmal ein Tor Jungs Ach echt? Ich wieder ja Alter Ich war auf dem Tor Ich war rechts daneben Nein Ewiges hin und her hier Ja Gut gemacht der Kühler Naja Aber nicht sehr gut aber Wenn ich nicht immer nur den Schubs von hinten bekommen würde Oder ich Oder ich Wachen die jetzt alle langsam auf? Sieht so aus Oder sie werden alle besser als sie Sieht so aus Na jetzt haben sie uns noch nicht so gut gespielt Wir auch nicht aber Wir auch nicht aber Ja Schöööön Gut gemacht Und War's noch nicht aber ist okay War ich nicht dran? Ich hätte doch nicht mehr dran gewesen Nö Ach ne ich hab ihn weggescheucht Ja weg da ran Läuft bei uns 1 zu 0 Ich hab ihn zerstört Er hat nicht zerstört Gegenseitige Zerstörung Double Destroy Junge Gut gemacht Rengaru Das war ein bisschen zu weit Ich hab ihn vor Vorsicht Ich komm schon Ich komm schon Ah verdammt Aber ist hinterm Tor gelandet Also nichts passiert Noch nicht Angst vor dem Biker Ich hab sie kochen nicht bekommen Ja Säcke Ich will ihn doch nur haben Nein Ich Ich wollte nur noch rausholen Lass ihn drinnen Lass ihn lieber drinnen Kümmer du dich ums Tor Wir kümmern uns um die Sache rund rum Alles was hier bei dir blau eingezäunt ist Ist dein Rivier Das zum Beispiel Aber ist hinterm Tor Hinterm Tor Hinterm Tor kümmern wir uns Lass mal weg das Ding Alles was mein Strafraum ist quasi Genau Oh Grüner Oh Ah nein Wo ist der denn hin Der hätte ich gerne Pistaz hier Nein Oh Oh Mach dich weg hier Orange noch Ich bin vor dem Tor wieder Da ist AFK bei mir Rengaru der ist AFK Jawoll Ja Alter Geht doch Ich hab Vorlage gegeben Wieso bin ich AFK Nee nee Du nicht Der andere Der Orangene War AFK Achso Ich wollte schon sagen Bin doch hier Habt ihr ein Tor gemacht Ich hab nur Vorlage dir gegeben Oh Alter Ich werde doch gerammt Hallo Outlaws wird wieder eine KI sein Ja Machst du dich mal hier raus Orangener Ich glaube es hackt Juhu Gut gemacht Rengaru In den letzten 5 Sekunden Patrick Die KI und ein Gegner ausgespielt Ich hab's gut gemacht So der hat noch 5 Sekunden Das wird noch 4. Ach nein So glaube ich Yeah Aber wir haben auch mal drin Gut gespielt Gut gespielt Ach hast du geschrien Ja okay Ich hab Verzögerungsabweichung grad gehabt Mariachi Sombrero Den hab ich auch der ist cool Ich hab grad eben bekommen So weiter geht's So weiter geht's Ich hab dir jetzt eben auch einmal eine Vorlage Gesehen Iron Nola Orange Orange Bandit KI Clean Bandit Ich hab keinen Boost Ich hab keinen Boost Genau das macht doch richtig Ah verdammt So eine KI ist manchmal ganz gut Ich hätte nur mal Boost gehabt Aber die Enekei hat sich grad verabschiedet Ja liebe Leute ich versuche das ein bisschen zu beobachten hier Olee Ole olee 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 Da 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 Eine Straße Viele Bäume Ja das ist eine Allee Juhu vor Tempo Oh ja ich hab nirgends auch grad gesehen Mal Falsche Zeit am falschen Ort mann ich hatte jetzt 100 fuß gerade dann muss ich da wieder davor ein neuer gegner hat das spiel betreten und rein die mummel gut gemacht gut gemacht sehr gut gemacht noch mal weg geschossen hätte sehr gut gemacht guter schuss das erste tor war jetzt meiner ja schade nicht noch nicht die richtung hat schon mal gestimmt nein die schon weniger schieße nach vorne ach mann sorry ausschuldigung reküler 1 1 ja ich war zu spät viel zu spät ich hätte früher hüpfen müssen wir haben wieder eine AKI dabei und das war doch schnell Entschuldigung alles gut ich hab doch so besser geht ach nein 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 ich hab grad keinen boost jetzt hab ich hier noch verdammt das war ich zu lang schon wieder kommst du erstmal weg vom vorderen Feld des Tores ja so könnte man es auch machen schön sah ah knapp daneben ich hab mich berührt aber nicht so wie ich wollte aber die richtung stimmt schon wieder so ich fahr wieder nach vorne hin schau 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 rich boy hat das spiel betreten oder auf nein 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 Oh, 1 und 2. Leute, noch ist auch von der Pflicht. Ach, Mensch. Ich holg's gerade wieder vom Tor runter. Ich glaube, doch. Doch, genau mit dem. Ah, das war ich zu lange. Oh, nein. Oh, hallo. Ihr Blauen ist halt sehr gut. Oh, nein. Letzten gelassen, ich war voll dran gekommen. Entschuldigung. Oh, nein. Ah, 1, 2 verloren. Ich bin genau im Tor hängen. Oh, schönes Ding. 12 Luftballons. Oh, ich habe ein Herz Antenne bekommen. Nice. So, Freunde. Leider zurück ins Hauptmenü. Okay. So, liebe Leute. Ich sage schon mal, mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Jo, dasselbe sage ich auch. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Haut rein. Ja. So sage ich es auch. Ähm. Ähm. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Rengaro LP. Ciao. Rengüler. Macht's gut. Schönes Wochenende noch. Und meine Wenigkeit. Macht's gut. Took supervillens eine ho Marche großeste fahren. Vielen Dank.